Nach einem großflächigen IT-Ausfall in den Niederlanden ist es zu Flugausfällen und Behinderungen der Rettungsdienste gekommen. Der Ausfall war das Ergebnis einer Fehlfunktion im IT-System des niederländischen Verteidigungsministeriums. Die Leid sind nur zwei Körner. Erst war sie tot 12 Uhr ausgestattet und nun tot 1 Uhr ist das alles. Die Leid nicht effektiver durchgeht. Das hochsichere Netz wird von Notdiensten der Gendarmerie und den Ministerien in Den Haag genutzt. Der Ausfall betraf auch den Flughafen Eindhoven, da sich Einrichtungen mit dem Verteidigungsministerium teilt. 20 Flüge wurden gestrichen, andere wurden nach Amsterdam und Brüssel umgeleitet. Das Ausmaß und die Ursache des Ausfalls sind noch unklar. Es gibt jedoch keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Ich kann es nicht aufweisen, aber es kann ich auf diesem Moment nicht ausleiten. Das Verteidigungsministerium hat inzwischen seine Systeme wieder in Betrieb genommen.